Im letzten Jahr wurden zwei Drittel aller Menschen, die in Europa ankamen, nach einem rechtsstaatlichen Verfahren abgewiesen. Wurden nicht akzeptiert als Flüchtlinge. Deswegen spricht sich meine Fraktion auch dafür aus, die Fragestellung Rückführung, die Fragestellung auch der Außenschutzkontrolle, auch der sicheren Drittstaaten nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Menschen erwarten, dass wir bestehendes Asylrecht auch anwenden und umsetzen und Missbrauch bekämpfen. Die Flüchtlinge, die von der Krieg fliegen, müssen sie eröffnet werden. E a chi dice che l'Europa non esiste come solidarietà come comunità dico andate nelle strade e toccherete con mano la solidarietà dei cittadini! Si parla spesso della distanza tra i cittadini e l'Europa. Oggi l'Europa può colmare quella distanza se impara dal suo popolo. Wir müssen nicht schuldig sein. Die Kommission im Immigration ist gut. Gut gut, 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 gut gut gut, gut gut gut. Wir sind mit Ihnen in dieser Battaglia. Wir müssen die sozialen Dumping machen. Deshalb wollen wir eine komplette Revision der Posting of Warsakers. und auch starken Maßnahmen gegen die Precarität und die Moströse des Kontrollen zu zera Stunden. Wir wollen ein Engagement für die Justizia Fischale. Wie Sie gesagt haben, die Tasche sind, wo sie profitieren, und das bedeutet, dass sie eine Unabhängige Basis, und ein Country-by-Country-Reporting haben. Das ist das nicht die EU sollte, was unsere Ideologischen Bezüge. Surely es sollte es um die Länder zusammenzubringen, um zu co-operieren und finden Lösungen, die wir alle zusammenbinden können. Also, lasst uns ein Tafel. Und ich meine nicht nur die Länder der EU. Das ist eine internationale Krise, die eine internationale Reaktion braucht. Ich glaube, dass wir eine neue Initiative brauchen. Ich glaube, in der Rahmenbedarf der Unionssätze, zu enden der Blut in Syrien, zu stoppen Terrorismus, zu machen Syrien wieder sicher für die Flüchtlinge, damit sie später zurückkommen können. Meine Rede zu Ihnen, Mrs. Mogherini, meine Rede zu Ihnen in der Presidency des Councils ist, dass wir, dass Sie auf unsere Repräsentation in den UN-Security-Consul zu launchen, eine neue Initiative, schnell wie möglich, um die Konflikten in Syrien zu enden, denn es ist die einzige Sustainable Lösung für diese Krise. Ich unterstütze auf jeden Fall alle Forderungen, die darauf hinauslaufen, dass wir legale Einreisemöglichkeiten, Einwanderungsmöglichkeiten schaffen müssen, dass es eine faire, eine solidarische Haltung geben muss und dass wir nicht bei einer Quotenregelung stehen bleiben, die die individuellen Lebensbedürfnisse von Menschen außer Kraft setzt. Familienzusammenführung und Ähnliches muss berücksichtigt werden. Und wir nehmen sie beim Wort, dass es um die Durchsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention geht, des persönlichen Rechts auf Asyl geht, dass hier nichts zurückgefahren werden darf, im Gegenteil, dass diese zu verteidigen sind. Dr. 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 Das Parlement, in dem wir uns heute noch einstehen, ist, dass wir mindestens 50 Stunden pro Jahr. Währenden die 300 Stunden resten, die 750 Büro der Europäischen Europäischen Union, chauffer und mit einem Douchen individuellen, sind vides und inutiles. Wir wünschen uns also, dass diese Sitzung secondaire des Parlement Europäischen Parlamen, parfaitement équipiert, für die Zeit für die Zeit temporaire für die Migranten und die Flüchtlinge und dass die Sitzung in Bruxelles die Zeit brauchen. Hier haben wir eine entsprechende des Blickes und der humanität.